Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 27. Juli. Ein Rechtsstreit rund um SW-Verkehr ist beendet und am Frankfurter Flughafen hat sich offenbar eine Malaria-Mücke eingeschlichen. Das und mehr heute für Sie im Podcast. Der Rechtsstreit zwischen SW-Verkehr und dem ehemaligen Leiter der Abteilung Koordination und Innovation ist beendet. Wie das Landesarbeitsgericht in Frankfurt mitteilt, haben beide Parteien eine gültige, außergerichtliche Einigung erzielt. Der Mann werde nach unseren Informationen nicht zu SW-Verkehr in Wiesbaden zurückkehren, sondern künftig bei einem anderen Unternehmen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs arbeiten. Wie berichtet, war die entsprechende SW-Abteilung aufgelöst worden, der Leiter hatte die Kündigung erhalten. Er galt als Zögling der beiden ebenfalls entlassenen Geschäftsführer von SW-Verkehr. Er hatte in kürzester Zeit hohe Gehaltssprünge gemacht, obwohl er keine entsprechenden Qualifikationen im Verkehrswesen nachweisen konnte. Bereits im Juni 2022 hatte das Wiesbadener Arbeitsgericht der Kündigungsklage des ehemaligen Abteilungsleiters stattgegeben. Die betriebsbedingte Kündigung war unter dem neuen Geschäftsführer ausgesprochen worden. Käsefreunde in Wiesbaden dürfen sich freuen, die Bergkäse-Station in der Dotzheimer Straße wird weitergeführt. Der bisherige Inhaber, Till Biebricher, hat mit David und Joachim Weber zwei Nachfolger gefunden, die das Geschäft fortführen. Die Bergkäse-Station hat auch unter den neuen Inhabern wie gewohnt nur freitags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im August machen Vater und Sohn Weber allerdings Betriebsferien. Wer sich also mit Käsespezialitäten eindecken will, muss sich beeilen. Zudem gibt es noch einige weitere Neuigkeiten aus der Wiesbadener Geschäftswelt. Das Restaurant Der kleine König in der Mauergasse hat am Samstag das letzte Mal geöffnet. Das Geschäft der Wäsche- und Laumgewehrkette Kalida in der Kirchgasse ist bereits geschlossen. Neu in Wiesbaden sind die Geisenheimer Chin-Winothek auf der Terrasse des Hier und Jetzt in der Blücherstraße und demnächst auch die Pizzeria Nino Novella in der Mauritiusstraße. Für das Café Beno in der Bahnhofstraße wird derweil ein Nachfolger gesucht. Das Bewerberfeld für die Taunussteiner Bürgermeisterwahl am 8. Oktober nimmt Finalkonturen an. Es ist damit zu rechnen, dass auf dem Wahlzettel auch zwei Namen mit dem Zusatz parteilos stehen werden, Marion Weiland und Daniel Metzke. Die Hahnerin und der Niederlipbacher hatten in den vergangenen Wochen schon teils durch Präsenz im Internet und in der Stadt ihre jeweilige Kandidatur vorbereitet. Im Falle eines Wahlerfolges sehe Matzke seine Aufgabe darin, Brückenbauer zu sein, zwischen Bürgern und Politikfunktionären. Auch in der Verwaltung sieht er Potenzial, Dinge zu vereinfachen, sowohl für die Bürger als auch die Mitarbeiter. Viel vor hat auch die zweite parteilose Kandidatin Marion Weiland. Ihr Ziel, ein Taunusstein mit Vorbildfunktion für andere Kommunen. Dafür will die 45-Jährige unter anderem die breite Masse direkter einbinden, mit Bürgerentscheiden, zu allen wesentlichen Belangen. Von Beruf Immobilienökonomin hat sie außerdem Ideen für Wohnbauprojekte. Neben mehr bezahlbarem Wohnraum für die untere und mittlere Einkommensschicht bringt sie etwa ein Modellprojekt zu sogenannten Tiny Houses ins Spiel. Am Frankfurter Flughafen gibt es einen Malaria-Fall. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich ein Beschäftigter des Flughafens mit der Truppenkrankheit infiziert. Zuerst hatte der hessische Rundfunk über den Fall berichtet. Die Infektion erfolgte demnach zwischen Ende Juni und Anfang Juli. Aufgrund der langen Inkubationszeit ist es unmöglich, die Infektion mit einem bestimmten Flug nach Frankfurt in Verbindung zu bringen. Angaben über den Gesundheitszustand des Infizierten wurden aus Datenschutzgründen keine gemacht. Malaria wird von Stechmücken übertragen. Eine Infektion erfolgt normalerweise in Risikogebieten, beispielsweise in afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen Ländern. Ansteckungen durch im Flugzeug importierte Stechmücken sind sehr selten. Am Frankfurter Flughafen gab es im vergangenen Jahr ebenfalls einen Fall von Flughafenmalaria. Vor einer Woche waren es zwölf Fahrer, die an der Raststätte Gräfenhausen-West an der A5 in Streik getreten sind. Inzwischen sind es nach Angaben von Gewerkschaften und Polizei etwa 110 in Gräfenhausen-West und 10 bis 20 auf der anderen Seite der Autobahn, an der Raststätte Gräfenhausen-Ost. Die Versorgung und die hygienische Lage beschrieb Michael Rudolf, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hessen-Thüringen, am Mittwoch als bedenklich. Der Rastplatz sei schlicht und ergreifend zu klein. Daher suche der DGB nach einem Ausweichquartier für alle Fahrer und Sattelzüge in einer Kommune in der Nähe. Details zu Anfragen oder Gesprächen mit Kommunen verriet er nicht. Nur so viel, denkbar sei ein Platz vor Messehallen oder ein großer Parkplatz. Möglich sei, dass noch weitere Fahrer ankommen. Der Rastplatz Gräfenhausen-West ist mittlerweile für Lastwagen gesperrt, wie ein Schild an der A5 anzeigt. Auch die Polizei steht an der Raststätte und verweist Lkw-Fahrer auf andere Orte zum Rasten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de